Jetzt sind vielleicht einige überrascht, weil ihr M. Kradolfer gelesen habt und jetzt ist nicht euer Pastor hier. Das ist mein älterer Bruder. Ich darf heute hier sein, um mit euch den Punkt eurer Vision anzuschauen und bewirken positive Veränderungen in der ganzen Welt heute mit dem Fokus Afrika. Und er hat gefunden, dass ich da besser geeignet bin. Warum? Dazu kommen wir in der Predigt dann später noch. Aber deshalb hören wir heute auf eine Geschichte, wie ein Mensch aus Afrika so mit dem Evangelium erreicht wurde, dass er selbst zum ersten Afrika-Missionar der Geschichte wurde. Und diese Geschichte, die lesen wir in der Bibel, in Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Wir hören auf Gottes lebendiges Wort. Zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden, auf der einsamen Strasse, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen, der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr, aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. In dieser Geschichte haben wir zwei Personen, die miteinander ins Gespräch kommen. Und dabei werden vier Fragen gestellt und diesen vier Fragen wollen wir heute in dieser Predigt nachgehen. Und die erste Frage, die uns begegnet ist, verstehst du auch, was du liest? Und diese Frage, die wird von Philippus gestellt. Philippus, das ist ein Mann, der uns in der Bibel nicht häufig begegnet. Aber in diesen Geschichten, in denen er vorkommt, in denen er eine Rolle spielt, da geschieht sehr Großes. Er wird nur in der Apostelgeschichte erwähnt und zunächst als einer der sieben Männer, die für die Krankenpflege verantwortlich sein sollen. Und diese sieben Männer, die mussten drei Dinge haben, die mussten drei Charaktereigenschaften haben, die mussten einen guten Ruf haben, also eigentlich beliebt sein bei den Menschen, dass niemand etwas Schlechtes über sie sagen konnte. Dann mussten sie voll heiligen Geistes sein und drittens auch noch voll Weisheit. Dies alles erfüllt anscheinend dieser Philippus, da er als einer dieser sieben Menschen gewählt wurde. Übrigens von der ganzen Gemeinde, so ähnlich wie wir das in der Schweiz haben, an Gemeindeversammlungen, wenn wir Verantwortungspositionen wählen. Und dann begegnet er uns ein Stücklein nicht mehr. Es wird auf einen anderen von den sieben der Fokus gelegt. Aber dann erscheint er wieder, als er in Samaria das Evangelium predigt und viele Wunder vollbrachte, sodass ganze Menschenmengen sich bekehren und zu Jesus finden. Später lesen wir, dann kommt unsere Geschichte und dann später lesen wir, dass er sich mit seiner Familie in Caesarea niedergelassen hat und dort weiter das Evangelium gepredigt hat. Und auch den Paulus, als er auf Durchreise war, mit seinen Begleitern aufnahm. Und da wahrscheinlich auch dem Lukas, dem Autor der Apostelgeschichte, diese beiden Geschichten erzählte. Einerseits aus Samaria, andererseits diese Begegnung mit dem Schatzmeister. Und der Schatzmeister, vielleicht auch als Kämmerer bekannt, der stammt aus Äthiopien. Es ist nicht deckungsgleich mit dem heutigen Äthiopien, sondern es meint eigentlich einfach alles südlich von Ägypten. Es gibt da keine klare Grenze und irgendwann wird es schon aufgehört haben. Aber alles südlich von Ägypten, das bezeichnet Äthiopien. Und es heißt über ihn, er war ein reicher, ein wichtiger Mann, der großen Einfluss hatte. Er war ein gottesfürchtiger Mann. Das heißt, er glaubte an den Gott Israels und betete diesen an, ohne aber zum Volk Israel dazuzugehören. Und er kommt nun aus Jerusalem, hat dort im Tempel angebetet, wahrscheinlich im Vorhof der Heiden und ist jetzt auf dem sehr langen, beschwerlichen Heimweg zurück nach Äthiopien. Warum er nicht ganz zum Judentum übergetreten ist, wird klar durch seine Bezeichnung. Er wird bezeichnet als Eunuch, also als kastrierter Diener der Königin. Und diesen war das Dazugehören zur Gemeinde der Juden, untersagt gemäß 5. Mose 23, Vers 2, weil sie sich weder beschneiden lassen können, noch sich vermehren können, was zwei wichtige Dinge sind, um dazuzugehören. Aber er glaubte an diesen Gott, er hat ihn angebetet. Und er war ein reicher Mann, das zeigt sich daran, dass er es sich leisten konnte, eine Schriftrolle zu kaufen, wahrscheinlich mit dem ganzen Jesaja-Text. Jetzt sitzt er in seinem Wagen mit seiner Entourage wahrscheinlich unterwegs und er liest gemäß der, so wie es üblich war, laut den griechischen Text vor. Sie haben damals laut gelesen, um den Inhalt besser zu verstehen. Und jetzt tritt eben Philippus dazu. Und dieser wurde vom Heiligen Geist zu genau diesem Wagen geleitet. Und er ist bereit, einen wildfremden Mann anzusprechen, noch dazu einen offensichtlich reichen, wichtigen Mann. Und man stelle sich das vor, von allen Menschen, die zu dieser Zeit, zu diesem Zeitpunkt in Israel waren, wählt sich Gott genau einen Menschen aus, aus Äthiopien, einen reichen, wichtigen Eunuchen, und schickt Philippus direkt zu ihm. Also wenn Gott das nicht so geleitet hätte, Philippus wäre niemals da erschienen. Es ist völlig gegen den Verstand, wie Gott hier geführt hat. Ich meine, Philippus wäre von sich selbst nie auf die Idee gekommen, auf dieser Strasse unterwegs zu sein und zu diesem Wagen zu gehen und dann auch noch anzusprechen, direkt mit ihm mitzureisen, ein Stück weit. Ja, wenn es normal gelaufen wäre, dann wäre er nicht da gewesen. Aber deshalb greift Gott direkt ein, spricht Gott direkt zu Philippus, um ihm diesen Mann zu zeigen, den er sonst nicht angesprochen hätte. Normalerweise genügt der Auftrag von Jesus, das Evangelium allen Menschen zu erzählen. Aber manchmal braucht es so gottgeschenkte Momente, dass man der Person vielleicht etwas sagt, der Person etwas gibt, wo man sonst nichts geben würde, wo man es sonst nicht ansprechen würde. Das heisst jetzt für uns nicht, dass wir auf so einen Moment warten sollen, um auf den Apro Talk oder das hoffnungsvoll hinzuweisen und dann sagen, ja Gott hat mir nicht gesagt, ich müsse zu dieser Person gehen und habe mich nicht geführt. Nein, normalerweise genügt der Auftrag Gottes, das Evangelium allen Menschen zu bringen. Aber das zeigt sich auch bei Philippus, Philippus hat sowohl vorher als auch nachher immer weiter erzählt, auch wenn er dann nicht mehr einen spezifischen Auftrag hatte, eine spezifische Person von Gott zugesandt bekam. Das heisst, er hat einfach in jeder Stadt, in die er kam, hat er das Evangelium gepredigt. Was sich zeigt, ist aber, wenn man auf Gott hört, dann wird man manchmal auch ganz speziell geführt, aber man landet dann am richtigen Ort, zur richtigen Zeit. Und das Beste wäre dann noch, wenn man auch noch das Richtige tut. Ja, es ist ein von Gott geschenkter Moment, dass alles so genau aufgeht und da kommt jetzt Philippus zu diesem Mann, zu diesem Schatzmeister und er stellt die Frage, als er ihn lesen hört und er fragt, verstehst du auch, was du liest? Und ich denke, jeder, der schon mal in einem Sachbuch gelesen hat, kann diese Frage gut nachvollziehen. Man kann gut lesen, ohne zu verstehen. In meinem Studium habe ich mich oftmals überführt, dass ich las, ohne zu verstehen oder sogar ohne zu registrieren, was da überhaupt stand. Dass ich gelesen habe und dann unten am Abschnitt war und gedacht habe, warte kurz, habe ich jetzt was gelesen? Und was war das genau? Und dann durfte ich dieselbe Stelle nochmal und nochmal lesen, bis ich dann vielleicht wirklich gemerkt habe, was ich gelesen habe. Wie gut, wenn jemand da ist, der einem erklärt, was man eigentlich gelesen hat. Und da wäre auch, oder da ist auch der Schatzmeister sehr froh darum. Und das führt uns zur zweiten Frage. Wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Ja, der Schatzmeister, er versteht die Stelle nicht, die er liest. Und hier kommt nun Philippus ins Spiel, der es erklären kann und auch soll. Es ist gut, wenn man Fragen jemandem stellen kann, der weiss, wovon er spricht und wie etwas zu erklären ist. Und wisst ihr, hier komme auch ein Stück weit ich ins Spiel. Vielleicht eben, habt ihr euch bisher gefragt, warum kommt jetzt der hier, diese Predigt zu diesem Thema halten? Mein Ziel, gemeinsam mit meiner Frau und unserem kleinen Sohn, ist es, genau solche Fragen zu beantworten. Oder zu helfen, dass solche Fragen beantwortet werden können. Deshalb werden wir nach Afrika gehen und ich werde mich dort in die theologische Bildung investieren. Wir werden Mitte September als Familie, so Gott will und wir leben, nach Tansania ausreisen. Und ich werde dort in einer Bibelschule der Tansania Evangelistic Church als Lehrer angestellt und auch weitere Verantwortlichkeiten haben. Und meine Frau wird sich in einem sozialdiakonischen Projekt mit Kindern engagieren. Und dieses ganze Projekt ist entstanden aus der Arbeit, die die Familie Lehner dort bekam, ja auch einigen, ein Begriff ist. Warum investieren wir uns aber in so eine Arbeit in einem fernen Land, was vielleicht auch ein bisschen weniger bequem ist? Weil ich eben der Überzeugung bin, dass es genauso Menschen braucht, die Fragen beantworten können. Dass es wichtig ist, dass wir verstehen, was Gott uns sagt in seinem Wort. Und dazu benötigt es einerseits auch Fachleute, die das können. Natürlich kann jeder selbst auch zu Antworten kommen, Fragen beantworten, aber es ist auch gut, wenn es jemand ist, der weiss, wovon er spricht. Und noch besser natürlich, wenn er dieselbe Sprache spricht, von derselben Kultur oder Herkunft ist und da auch diese Brücke nicht da ist. Und deshalb ist es nicht mein Ziel, selbst die Fragen zu beantworten, sondern Menschen auszubilden, die das können. Und sogar noch weiter, meine Vision ist es, eine Stufe darüber anzufangen, die Lehrer der Bibelschule darin zu unterstützen, die Ausbildung der einheimischen Pastoren zu verbessern, sodass Menschen in der Lage sind, dass die Einheimischen selbst in der Lage sind, auf Menschen zuzugehen, ihnen die Fragen zu erklären, ihnen zu erzählen, wer Jesus ist, Kirchen zu gründen, Menschen zu Jesus zu führen. Wisst ihr, die Möglichkeiten dafür sind riesig. Gerade in Afrika erleben wir im Moment eine Erweckung, wie sie noch nie da gewesen ist. 1900, also in der Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert gab es 1% Christen im Kontinent Afrika. Im Moment sind es 50% Christen, die sich jedenfalls so nennen. Eine riesige Erweckung, die Chancen sind riesig, aber wichtig ist auch, dass es nicht nur bei der Erweckung bleibt, sondern dass jetzt auf ein gutes Fundament gestellt wird, dass Fragen, die aufkommen, beantwortet werden können. Als wir letztes Jahr im Januar, Februar schon in Tansania waren, um das Land und die Leute kennenzulernen, war ich mit einer Missionarin auf dem Markt. Und da saß ein Mann, der gerade nichts am Verkaufen war, der saß auf seinem Schemel am Boden und er las in der Bibel. Stellen wir uns vor, man geht in den Coop, in die Mikro und da sitzt ein Verkäufer an der Kasse, weil er gerade nichts verkauft und liest in der Bibel. Und die Missionarin hat ihn dann gefragt, verstehst du auch, was du da liest? Und sie konnte ihm helfen bei der Stelle, wo er gerade dran war. Fragen sind da und es ist wichtig, dass jemand da ist, der sie beantworten kann. Eben natürlich nicht nur Sache der Pastoren, mit Menschen über Jesus ins Gespräch zu kommen, aber da fängt es an, dass die dann ihren Menschen wieder weitergeben können, wie sie das machen können und diese selbst dann wieder Fragen beantworten können, Menschen zu Jesus zu führen. So entsteht Multiplikation. Natürlich nicht in jedem Land, in Afrika einfach so möglich, sondern vor allem in einem Land, das eben gerade eine Erweckung hatte. In einem Land, in dem es noch keine Christen gibt, kann man auch keine Pastoren ausbilden, da muss man zuerst mal in die Basis investieren, Gemeinden gründen. Deshalb gehen wir eben nach Tansania und ich darf zu euch heute über dieses Thema sprechen und diesen Bibeltext mit euch anschauen. Und welchen Text hat denn der Schatzmeister nicht verstanden? Kommen wir zurück eben zu unserem heutigen Bibeltext. Welchen Text hat er nicht verstanden? Was war seine Frage? Es ist der Text aus Jesaja 53, Verse 7 bis 8. Und ihr merkt es, Elia hat in der Einleitung die Verse direkt vorher gelesen und jetzt kommen eben die Verse 7 bis 8. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen, denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Und der Schatzmeister erfragt jetzt Philippus die dritte Frage, die wir heute gemeinsam anschauen. Von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Die Antwort von Philippus, die wird nicht wörtlich wiedergegeben, aber als Übersicht. Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Philippus benutzt diese Bibelstelle, um ihm von Jesus zu erzählen und zu sagen, wer Jesus ist, was er getan hat und dafür eignet sich diese Stelle natürlich ausserordentlich gut. Wenn wir gerade noch einmal die Verse anschauen, die vorher kommen, die Elia vorher auch vorgelesen hat, dann sehen wir, was Jesus auch für uns getan hat. Es heisst in den Versen eben direkt vorher, er nahm unsere Krankheiten auf sich, er trug unsere Schmerzen. Wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. es geht hier um Jesus. Es geht nicht um den Propheten Jesaja, der alles niedergeschrieben hat, es geht auch nicht um jemand anderem, nein, es geht um Jesus Christus. Man könnte eigentlich seinen Namen überall einfügen. Jesus nahm unsere Krankheit auf sich. Jesus trug unsere Schmerzen. Jesus wurde für unsere Vergehen durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Jesus wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch die Wunden von Jesus werden wir geheilt. Jesus wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt, wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte Jesus den Mund nicht auf. Jesus wurde gedemütigt, erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn das Leben von Jesus wurde von der Erde fortgenommen. Warum macht Jesus das? Und der Text spricht es an, wegen uns. Er tat das immer für uns, weil er uns so sehr liebte, weil er die Menschen so sehr liebte. Jesaja erwähnt es auch explizit, so heisst es im Vers nachher, im Vers 10, wenn sein Leben jedoch als Opfer für die Sünde dargebracht wird, wird er viele Nachfolger haben. Er wird lange leben und die Absichten des Herrn werden durch seine Hand gedeihen. Jesus starb für unsere Sünden, als Opfer für unsere Schuld. Die Sünde, das ist das, was uns von Gott trennt. Es einerseits alle Taten, die wir gemacht haben, die nicht Gottes perfektem Willen für unser Leben entsprechen, andererseits aber auch die Grundhaltung der Menschen, dass sie meinen, überhaupt ohne Gott leben zu können. Und Jesus starb dafür, als Opfer für die Sünde, um diese Trennung zwischen Menschen und Gott wieder aufzuheben, für die der Mensch selbst verantwortlich ist. Die Reaktion von uns Menschen darauf, auf dieses Opfer von Jesus, dieses Angebot, das er uns gemacht hat, durch sein Tod am Kreuz von Golgatha ist, entweder glauben wir daran, dass er das wirklich für uns gemacht hat, wir nehmen das an, oder aber wir lehnen es ab. Und ich hoffe, dass du zu denen gehörst, die daran glauben, dass Jesus auch für deine Schuld, für deine Sünden gestorben ist, dass du wieder Frieden mit Gott haben kannst, dass er auch deine Krankheit, deine Schmerzen auf sich nahm, für deine Vergehen am Kreuz starb. Wenn du dies glaubst, darfst auch du zu seinen nachfolgen, zu seinem Volk, zu seiner Herde gehören. Dieses Volk ist offen für alle, auch für den Schatzmeister in unserer Geschichte. Denn in Jesaja 56, drei Kapitel später verheisst Gott, dass auch die Eunuchen in sein Volk aufgenommen werden, ja noch viel mehr. Er sagt, ich werde ihnen als den Eunuchen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne oder Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name, er wird niemals ausgelöscht. Und hier haben wir die Verheissung für das ewige Leben, selbst für solche, die früher nicht ins Volk Gottes gehören konnten, aber doch diese Verheissung, sie haben, sie dürfen das ewige Leben haben, wenn sie Gott nachfolgen. Und so dürfen auch wir das haben. Wir dürfen das ewige Leben erlangen. Was ist die Antwort auf die Liebe Gottes, die sich zeigt in seinem Sohn? Wie bereits gesagt, ist es der Glaube, die Hinwendung zu Gott. Aber dieser Glaube, der ist unsichtbar. Das ist nicht etwas, das man jemandem ansieht, doch der glaubt wirklich in seinem Herzen, dass Jesus für ihn gestorben ist. Klar, häufig bekommt es jemand mit, der mit dir betet, aber der Glaube selbst ist unsichtbar. Um aber den Glauben sichtbar zu machen, um sichtbar zu machen, was unsichtbar ist, dass man daran glaubt, was Jesus für dich getan hat, dass man daran glaubt, dass er für uns gestorben ist, dafür ist die Taufe da. Und das führt uns zur vierten und letzten Frage, die uns in unserem Text begegnet. Sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Die sichtbare Antwort auf den unsichtbaren Glauben ist die Taufe. Und diese gehört zum Start des Glaubens dazu. Wenn man also glaubt, das unsichtbar, dann kann man, oder soll man das sichtbar machen in der Taufe, als Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, ja, ich gehöre wirklich zu diesem Jesus. Und der Schatzmeister fragt eben, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Es hat ja Wasser da. Und jetzt ist den aufmerksamen Lesern vielleicht etwas aufgefallen, die den Texten ihrer Bibel mitverfolgt haben. Hier wird ein Vers übersprungen in der Zählung. Nach dem Vers 36 folgt direkt der Vers 38. Warum? Dieser Vers 37, der fehlt, der wurde später hinzugefügt, um zu zeigen, was es für die Taufe benötigt. Also die frühe Kirche hat gemerkt, da fehlt noch irgendwas, nämlich das Bekenntnis von dem Schatzmeister, dass er wirklich glaubt. Er sagt nirgends, dass er wirklich glaubt, also muss das doch noch kommen. Es wurde hinzugefügt, aber nicht, weil sie das einfach erfunden hätten, sondern es wurde mit überliefert. Nicht im Bibeltext, aber schon im zweiten Jahrhundert nach Christus, also sehr kurze Zeit darauf, kennen sie diese Antwort vom Schatzmeister. Und es wurde einfach dann später noch in den Text eingefügt. Was steht da? Es steht eben die Antwort von Philippus, dass der Schatzmeister getauft werden kann, wenn er von Herzen glaubt. Und dieser erwidert, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also was zeigt es? Der Schatzmeister ist wirklich wahrhaftig zum Glauben durchgedrungen. Und er will dies jetzt auch öffentlich zeigen. Und so wird er nicht nur getauft, sondern eben durch die Taufe auch in die Gemeinde hinzugefügt. Da er wohl wusste, dass Philippus kaum mit ihm bis nach Äthiopien mitging und er dort selbst auch keine Christen, er wusste, es gibt noch keine Christen, die ihn taufen könnten, ergreift er diese Gelegenheit direkt. Und bei praktischen Gründen einmal im Jahr gefeiert, im Rahmen eines Gottesdienstes, denn wir haben ja nicht denselben Stress, dass unser Begleiter dann direkt wieder verschwindet, vom Heiligen Geist weggenommen wird und wir eben zu Hause niemand haben, der die Taufe vollziehen könnte. Deshalb bei euch zum nächsten Mal am 18. August findet die Taufe statt. Und der 18. August, ich muss es kurz erwähnen, ein wunderbares Datum, um getauft zu werden, denn am 18. August 2013 wurde ich getauft. Also wirklich super Datum, kann ich nur ans Herz legen, das auch so zu machen. Aber die Taufe, die hat dieselbe Bedeutung auch heute noch. Man zeigt öffentlich, dass man glaubt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dass Jesus Christus Gott selbst auf diese Welt gekommen ist, am Kreuz von Golgatha starb, am dritten Tag auferstanden ist, damit wir wieder Frieden mit Gott haben können und man wird in die Gemeinde eingesetzt. Wenn du also glaubst, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann lass auch du dich am 18. August hier taufen, wenn du das noch nicht getan hast. Du darfst dich gerne bei jemandem der Gemeindeleitung melden oder auch bei meinem Bruder. Sie werden sich riesig freuen darüber. Und auch der Schatzmeister heisst es hier, setzte seine Reise daraufhin sehr freudig fort. Ja, das Evangelium, das ist nicht etwas Biederes, etwas Ernstes, sondern etwas Fröhliches, etwas Freudiges. Wir dürfen Freude erhalten, egal in welcher Situation wir sind. Es dient sogar dazu, dass die Freude vollkommen ist. Und wisst ihr, das ist keine kurze Freude, Sondern der Schatzmeister, der war nach dieser wochenlangen Reise immer noch so freudig mit Jesus unterwegs, dass er es gar nicht anders konnte, als allen Menschen da in Äthiopien diese Botschaft weiter zu erzählen. Und so wurde er tatsächlich eben zum ersten Missionar, der in Afrika das Evangelium verkündet hat. So berichtet es uns Irenaeus. Und so wurde das Psalmwort auch erfüllt, aus Psalm 68, Vers 32, wo es heisst, Äthiopien soll dich anbeten, singt Gott, ihr Königreiche der Erde, lobt den Herrn. Wunderbar, wie hier ein Psalmwort, eine Prophezeiung auch erfüllt wurde durch diesen Schatzmeister. Philippus hingegen wurde vom Heiligen Geist auf wundersame Weise weggenommen, hat aber dann nicht aufgehört zu predigen, nur weil er jetzt diesen Auftrag erfüllt hatte, sondern es heisst, er hat in jeder Stadt die Botschaft Gottes verkündet. Was ist also die Konsequenz dieses Treffens von den beiden Männern? Der eine erzählt freudig das Evangelium weiter, weil er selbst diese Botschaft erst kennenlernen durfte und überzeugt ist, jeder Mensch sollte das hören und der andere, der erzählt auch das Evangelium weiter, weil er gerade erleben durfte, jemand hat Gott in sein Leben aufgenommen, ließ sich taufen und er will, dass es noch viel mehr Menschen tun. Was sollen wir aus der Geschichte lernen? Manchmal gebraucht Gott übernatürliche Geschehnisse, um sein Evangelium zu verbreiten, wie in unserer Geschichte. Aber sowohl vorher als auch nachher hat Philippus das Evangelium ganz normal verkündet, ohne den spezifischen Auftrag. Ob wir jetzt eine Stimme von Gott haben oder einfach das Wort Gottes, das allen Christen den Auftrag gibt, die beste Botschaft der Welt weiterzutragen, spielt keine Rolle. Die Hauptsache ist es, dass wir es tun. Jeder nach seiner Art an seinem Ort. Wem könntest du nächste Woche von Jesus erzählen? Bitte doch Gott, dir so einen Moment einfach ins Gespräch einsteigen kannst und vielleicht auch einfach einladen kannst für diese beiden Anlässe, die wir vorher gehört haben. Aber dann nicht nur Gott bitten darum, dir so einen Moment zu schenken, sondern wenn der Moment da ist, es auch zu tun, voller Mut. So wie Philippus oder auch der erste Missionar in Afrika, der Schatzmeister. Das Zweite ist, Fragen zur Bibel sind dazu da, beantwortet zu werden. Es braucht häufig nicht extra ausgebildete Menschen dafür, denn wir haben so viele Menschen in unserer Gemeinde, die schon so lange mit Jesus unterwegs sind, die sich so viele Fragen, die wir vielleicht haben, schon gestellt haben. Helft einander beim Verstehen von Gottes Wort. Ihr habt nächste Woche Kleingruppen Woche gerade eine super Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, einander auf dem Weg zu helfen. Das dritte ist, der Prophet Jesaja spricht von Jesus, der wie ein Schaf zum Schlachten geführt wurde und seinen Mund nicht auftat, weil er an unserer Stelle starb, für unsere Sünden, um die Trennung zwischen Gott und Mensch aufzuheben. was was ein Geschenk und die Antwort, die wir auf dieses Geschenk geben können, das vierte, das ist der Glaube, dass man sagt, ja, ich glaube, dass du das für mich getan hast und in einem Gebet Jesus sein Leben gibt. Dieser Glaube ist aber nicht sichtbar und deshalb hat Gott die Taufe eingesetzt, die das Unsichtbare sichtbar macht. Falls du noch nicht getauft bist und aber sagst, ja, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, herzliche Einladung dich zu melden für die Taufe am 18. August. Wir beten zum Schluss. Herr Jesus, danke für dein Opfer, dass du am Kreuz von Golgatha gestorben bist für unsere Sünden. Danke hast du alles auf dich genommen und so den Weg zum Vater freigemacht. Ohne dich wären wir völlig verloren. Schenk, dass wir gerade diese Woche vielleicht Momente erhalten dürfen, wo wir unseren Bekannten, Verwandten, Freunden diese frohe Botschaft weitergeben können, weil wir überzeugt sind, es ist die beste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und wenn so ein Moment da ist, schenk uns den Mut, das auch zu tun, dich mutig zu bekennen. Amen. Oberst 富